So, jetzt ist das Abenteuer zu Ende. Ich bin einmal geflogen an der Costa del Sol in Malaga, Richtung Malaga, fast bis zur Kontrollzone und bin jetzt wieder zurück auf unsere wunderschönen Finca und habe schon das erste Bier genossen. Ja, schaut euch den Film an. Ich hoffe, er gefällt euch. Ciao, ciao! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020